Wunder werden doch noch wahr und GTA 6 hat tatsächlich einen ganz offiziellen Trailer von Rockstar spendiert bekommen und da will ich mich natürlich nicht lumpen lassen und auf meinem GTA Channel mit euch frame für frame den Trailer von GTA 6 zerpflücken und ganz genau hinsehen und möglichst jedes Detail einsaugen, das uns der offizielle Trailer hier präsentiert. Also lehnt euch zurück und viel Spaß. Wir starten direkt mit der Sonnenaufgangsszene vom wunderbaren Vice City, dem GTA Miami Äquivalent. Warum Sonnenaufgang? Ganz klar, Miami ist die Ostküste und die Sonne geht im Osten auf. Im Hintergrund seht ihr die Wolkenkratzer, die stehen alle natürlich in der ersten Reihe am Miami Beach bzw. Vice Beach. Das heißt, wir sind hier ein bisschen im Landesinneren. Hinter uns werden sich wahrscheinlich die Everglades befinden. Außerdem sehen wir in der Szene ein Highway mit einigen bekannten Fahrzeugen aus GTA 5. Die Busse kennen wir auf jeden Fall, den LKW auch. Ja, der Pickup mit dem Boot hinten dran am Anhänger ist auch nichts Neues. Alles altbekannt aus GTA 5. Außerdem ein Motorrad, naja, ist jetzt auch keine Überraschung mehr. Damals in Vice City war das ein großes Ding, Motorrad fahren zu können. In GTA 6 Vice City ist das eher unspektakulär. Und siehe da, dann kommt hinter dem Baum noch ein Bötchen hervorgefahren. Auch das bereits, würde ich unterstellen, bekannt aus GTA 5. Schauen wir weiter rechts im Bild, da ist sowas zu erkennen, was sich als Kläranlage einordnen würde. Und natürlich direkt neben der Scheißeaufbereitung die nächste Scheißeaufbereitung in Form eines Staatsgefängnisses. Bevor wir da hinspringen, noch einmal kurz einen Blick in den Himmel. Da sehen wir einen großen Jumbo-Jet durch die Gegend fliegen. Sowas gab es im Story ja vom GTA 5 auch zum Fliegen. Vielleicht können wir uns hier in GTA 6 auch wieder drauf freuen. Also, Sprung in die nächste Szene. Wir sehen einen Drahtzaun. Und zwar keinen freundlichen. Der könnte jetzt eventuell zu dem eben angesprochenen Knast gehören. Und oder aber zu einem Flughafen. Denn in GTA 5 gibt es einen sehr ähnlichen Maschendrahtzaun am Flughafen in der Stadt. Oben sehen wir außerdem noch ein paar Wildgänse durch die Gegend fliegen. Schön. Also, Wildtiere dürfte es auch wieder jede Menge geben. Und da springen wir gleich weiter zur nächsten Szene. Und da sehen wir eine der Hauptakteurinnen. Nämlich Lucia. Ja, offensichtlich sitzt sie im Knast, wenn wir hier mal genauer hinschauen. Alle sind in orange. Wir sehen den Blick durch ein schönes, wabbeliges Glas mit, ja, offensichtlich einigen Sicherheitsvorkehrungen. Rechts im Bild ist ein Doppelstockbett. Sogar mit orangenen Bettlaken. Draußen sehen wir außerdem einige Häftlinge. Auch alle schön in orangenen Overalls. Also, Orange is the New Black mitten in GTA. Hier, nächste Szene. Wir sehen unten auf dem Schild, dass wir es hier mit Stephanie zu tun haben. Und hier würde ich sagen, das ist eine der Damen, die hier im Knast für die psychologische Bewertung da sind. Vielleicht auch eine zukünftige Bewährungshelferin. Aber da sie hier noch im orangenen Overall sitzt, ist also naheliegend, dass die Dame, die Stephanie hier in dem Knast arbeitet. Außerdem schön detailliertes Interieur natürlich. Wobei ich hier sagen muss, die Szenen sind natürlich alle mit Vorsicht zu genießen, da das hier auf cineastisch gemacht ist und natürlich sich am Ende nicht die Ingame-Grafik repräsentiert. Wir kennen das ja von vielen anderen Titeln, dass die Trailer einfach immer fantastisch ausgesehen haben, einem das Blaue grafisch vom Himmel versprochen haben. Und am Ende, naja, ist das halt mit der technischen Realität kollidiert. Und ich denke mal, nicht jeder von euch hat eine 4090 in seinem Rechner. Beziehungsweise Playstation 5 und Xbox X-Series haben auch nur begrenzte Grafikkapazitäten. Weshalb ich hier, aber dazu komme ich später nochmal, glaube, dass deswegen auch der Release vom PC noch nicht genannt wurde. Schnitt auf Lucia nochmal mit, was haben wir denn hier auf dem Overall? LD. Wofür könnte denn LD stehen? Ja, Liberty City wird's wohl nicht sein. Hm, habt ihr eine Idee, wofür LD stehen könnte? Lasst es mich doch mal wissen. Oh, bumm, Cut, nächste Szene. Heftig. Wir haben einen fahrenden Katamaran, wir sehen mehrere Delfine, die springen und noch einen größeren Fisch. Das sieht mir fast aus wie ein Hai, wenn ich da so genau hingucke. Außerdem sieht das Wasser total genial aus, wie hier die Gischt von dem Katamaran aufgeworfen wird, der hier in Fullmotion unterwegs ist. Ich denke, wir können uns also auf nices Yachtenfahren einstellen. Und wir lassen mal weiterlaufen. Zack, da kommt das nächste Boot angeschossen. Eins, das wir auf jeden Fall aus GTA 5 kennen. Und guckt euch die ganzen Wildtiere hier an. Da ist irgendwie noch ein Fisch. Könnte noch ein Hai sein. Wenn, hey, richtig viele Haie hier am Strand. Außerdem sehen wir Jetskis durch die Szenerie heizen und ein ganzer Schwarm Wildgänse. Beziehungsweise, hm, ich unterstelle einfach mal, es sind Gänse. Sind vielleicht auch andere Vögel, die hier einfach gerade langfliegen. Vielleicht sehr große Enten oder so. Man weiß es nicht so genau. Schauen wir mal auf den Strand, denn da ist auch richtig viel los. Total viele Sonnenschirme. Im Vergleich zu den leeren Stränden von GTA 5 dürfte uns hier also einiges an Getümmel erwarten. Und der Blick in die Stadt Rockstar Games präsentiert. Und wir sehen endlich die Skyline von Vice City mal in vollem Detail. Außerdem fliegt hier ein Helikopter durchs Bild. Und da hinten fliegt nochmal ein Dodo fürs Wasser durch die Kante. Mit dem nicen Banner hinten dran. Y69, when you can, 919. Nein. Ja, schauen wir doch mal da hinten in die Ferne. Und da kann man sehen, die Wolkenkratzer erstrecken sich wirklich in richtig weite Distanzen. Das heißt, wir können uns hier wahrscheinlich auf ein richtig ausschweifendes Vice City freuen. Außerdem sehen wir links unten im Bild ein Auto, wenn ich mal raten müsste, ein Schlagen GT. Auf jeden Fall. Natürlich wird in Grand Theft Auto das Auto auch wieder groß geschrieben. Bei dem üppigen Fuhrpark, den sich Rockstar mittlerweile durch die ewigen GTA 5 Updates, von dem übrigens bald auch eins kommt, erarbeitet haben. Natürlich wird hier die Fahrzeugvielfalt kaum zu betreffen sein in diesem Game. Links oben sehen wir nochmal ein Flugzeug, ein Verkehrsflugzeug. Diesmal ein richtiger Jumbo. Nämlich einen vierstrahliger. Auch Vielfalt bei den größeren Flugzeugen zu erwarten. Ob man die fliegen kann, sei jetzt mal am Ende dahingestellt. Außerdem sehen wir einen Port im Hintergrund. Und viele, viele, viele weitere schöne, reichen Anwesen. Sieht aus wie Miami. Kann man echt nicht anders sagen. Hüpfen wir mal zur nächsten Szene. Also die Szene hat es in sich, weil die ist super kurz, aber die verrät tatsächlich viel. Und zwar verrät ihr, dass ihr Parallax-Effekte in den Fenstern haben werdet. Das gab es ja in dem Sinne in GTA 5 nicht, wo alle Fenster flache Texturen sind. Ich weiß, da gab es noch einen Mod, der hat auch Parallax-Effekte eingefügt. Aber hier seht ihr, die Häuser bewegen sich, beziehungsweise die Zimmer in Leben bewegen sich perspektivisch korrekt zu der Bewegung der Kamera, die hier ganz sachte die Häuserfassade einmal abfilmt. Außerdem noch eine Sonnenreflexion. Von daher würde ich sagen, auch nochmal eine Anspielung auf Raytracing. Oben rechts neben dem Hochhaus nochmal das vierstrahlige Flugzeug. Außerdem wieder einige Vögel, die hier durch die Kante fliegen. Wir haben außerdem eine Dachterrasse auf irgendeinem Random House, wo auch NPCs draufstehen. Das heißt, nicht nur die Straßen werden bevölkert sein. Auch auf den Terrassen wird vermutlich was los sein. Die Terrassen können wir uns auch nochmal kurz im Detail angucken. Das sind auch nicht einfach nur hingepapschte Terrassen, sondern auf jeder Terrasse ist Vegetation. Da stehen Stühle, Sonnenschirme. Also echt krass. Ihr könnt in die Fenster reingucken. Die sehen nicht alle gleich aus. Die Fenster haben verschiedene Pflanzen vorne in den Fensterbänken stehen und so weiter und so fort. Echt krass. Also da wird richtig viel Liebe zum Detail wieder drin stecken, was ja klar ist. Ich meine, irgendwo liegt aktuell ja Red Dead Redemption 2 so die aktuelle Messlatte für Detail in Rockstar Games. Und ich würde sagen, da haben sie definitiv hier für dieses Spiel nochmal eine Schippe draufgepackt. So, nächste Szene. Wir sind in den Everglades. Boom, völlig anderes Setting. Wir sind nicht mehr in Miami, beziehungsweise in Vice City. Wir sind jetzt voll in der Wildnis in den Swamps, also den Sümpfen von Florida. Wir sehen sehr viel Vegetation, wir sehen wieder Gänse durch die Gegend fliegen. Und natürlich das Hovercraft, was es bis heute in GTA 5 nicht gibt, aber damals in San Andreas gab. Zumindest eine ähnliche Version. Das hier ist halt ein richtiges Hover-Swampcraft. Das ist gar kein Hovercraft. Was ist das hier? Ein Propellerboot? Schreibt nochmal in die Kommentare, wenn man es richtig nennt. Ich nenne es jetzt einfach mal Propellerboot. Ihr wisst, was ich meine. Außerdem sitzt da jemand drauf, beziehungsweise zwei Personen. Die eine hält. Müsste ich jetzt raten, aber ich würde sagen, die hält ein Gewehr in der Hand, oder? Was meint ihr? Ja, jedenfalls düsen die damit ordentlich, Karacho, durch den Swamp durch. Wusch, bumm, nächste Szene. Und wir sehen wieder ganz viele Tiere, nämlich einen Haufen Flamingos. Im Hintergrund sind wieder Entenschwärme. Wir sehen, wenn wir genau hingucken, diverse Krokodile. Guckt euch auch mal die Vegetation selber an, wie realistisch das aussieht, man. Wie krass realistisch diese ganzen Wassergräser da aus den Sümpfen rausragen. Wie genial diese Bäume aussehen, man. Das könnte ein Foto sein, Alter. So geil sieht das aus. Wie schön das Wasser reflektiert. Das ist einfach hammermäßig. Aber naja, gut. Ich stelle nochmal meine Eingangsthese hin. Wir haben hier einen cineastischen Trailer. Wir dürfen also nicht zu euphorisch sein, dass das am Ende auch die Ingame-Grafik ist. Also da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Zack, bumm, nächste Szene. Wir sehen einen extremst vollen Strand, Leute. Ich meine, denkt einfach nur mal an die Strände in GTA 5. Da steht vielleicht mal eine Menschengruppe von 6 Leuten um Lagerfeuchen rum. Und dann ist erstmal wieder auf weiter Flur nichts. Hier sehen wir irgendwie, boah, 150 NPCs oder so. Pi mal Daumen, ja. Mega krass. Richtig viel. Okay, wo soll ich da anfangen, Alter? Die Szene hat es auch wieder echt in sich. Wir sehen einen Buckingham-Helikopter oben links. Außerdem sehen wir rechts einen Sea Sparrow. Oben sehen wir außerdem ein Private Jet, wie wir es auch schon kennen. Und links im Hintergrund sind auch nochmal Andeutungen von kleinen Helikoptern. Außerdem wieder die besprochene Dachterrasse im Haus oben links. So, jetzt arbeiten wir uns links im Bild runter. Wir sehen einen Typ, der seiner, weiß ich nicht, Freundin, den Pushy, hier einsprüht mit Sun Lotion. Das reflektiert alles wieder absolut genial. Die Hauttöne sind auch wieder richtig gut getroffen. Im Vordergrund sehen wir ein nettes Trio von Damen, die diverse Tattoos tragen. Alle haben unterschiedliche Klamotten angehört. Es ist keins wie das andere. Die Gesichter sind natürlich auch alle komplett unterschiedlich. Alles unterschiedliche Frisuren und pure Wahnsinn. Gucken auf die Füße von den drei Damen. Da klebt sogar der Sand jetzt an den Füßen. Oder da links auch bei dem, der die Sun Lotion da bei ihr einsprüht. Wenn ihr da mal auf die Füße guckt, wie der Sand da ist. Genial. Und der hat ein Beintattoo. Rechts von den drei Damen ein ziemlich muskelbepackter Baywatch-Dude, der da so lang joggt. Aber es sieht auch wieder aus wie so ein Foto. Ist einfach total geil. Außerdem eine kleine Fußhupe in der Mitte zwischen den zwei Joggern. Ja, weiß ich jetzt gar nicht, wie man diese Hunderasse nennt. Vielleicht wieder ein schlauer Kommentar von euch. Gerne, gerne in die Kommentare. So, ja, jedenfalls. Leute laufen, Leute joggen, Leute sprühen sich mit Sun Lotion ein. Rechts die Leute machen einfach Sun Bathing. Haben auch wieder alle diverse Tattoos. Und, Leute, guck mal, ganz rechts. Da liegt so ein Typ im Sand, ja. Und knipst einfach voll in den Arsch von der, die da so rechts ihren Arsch halt auch rausstreckt. Kann man nicht anders sagen. Über ihr nochmal zwei Jet Skis zu erkennen. Und da im Hintergrund sind wieder diverse Couples im Wasser, die irgendwas miteinander machen. Und das ist einfach echt dieser Detailgrad. Das ist der pure Wahnsinn. Jetzt kommen wir jetzt zur Menschengruppe über den Leuten, die da im Sonnenbaden sind. Die trinken offensichtlich gemeinsam was. Haben sogar eine Kühlbox dabei. Hinter den Leuten haben auch nochmal einige Kühlboxen dabei. Einen Stuhl und Sonnenschirme noch und nöcher. Außerdem sehen wir da einen Geländewagen mit einem Anhänger. Und da dürfte wohl auch mal ein Jet Ski drauf gewesen sein. Jetzt ist er da nicht mehr. Ja, und im Hintergrund natürlich nochmal schön die Skyline von Vice City. So, Boots. Nächste Szene. Hier wird es ein bisschen Action reichen. Aber wir haben diverse Schnellboote, die hier durchs Wasser kacheln. Außerdem nochmal einen fetten Frachter, den ich so ähnlich auf jeden Fall auch aus GTA 5 kenne. Und natürlich nochmal den Port, den wir hier sehen. Wo dann, wer weiß, vielleicht sogar mit einer Animation die Container abgeladen werden. Das wäre krass, wenn sich die Schiffe mal auch wirklich bewegen würden. Selbst die großen, ja. Sondern nicht einfach nur zehn Jahre dann. Ich meine, wir müssen rechnen. Das Game wird auch wieder mindestens zehn Jahre den Standard halten. Da machen wir uns mal nichts vor. Also, wenn die sich bewegen könnten und wirklich mit der Welt agieren würden. Statt dann einfach zehn Jahre still im Hafen, bevor sie hinzurosten. Wird ja auch noch träumen dürfen, ne. Da oben nochmal das vierstrahlige Flugzeug. Also, ich glaube, da will uns Rockstar wirklich irgendwas mit sagen. So, dass wir endlich mal ein Jumbro fliegen können. Im Hintergrund natürlich wieder die Skyline von Vice City. Noch ein hübsches Brückchen. Und dann schauen wir mal. Zack, nächste Szene. Wir zischen über den Highway. Haben offensichtlich einen Haufen Spaß. Zumindest die gute Dame, die sich hier aus dem Dach ausstreckt. Und einfach nur feiert. Was steht da oben auf den Schildern? Da steht Cali Country BCI Airport. Okay, offensichtlich haben wir einen Airport. Wir haben die Route 404. Also, die wird nicht gefunden. Und die Route 79. Außerdem geht es noch nach Stockyard Downtown. Da ist dann auch schon der Exit dafür. Überhaupt allgemein mal bemerkt, es ist Nacht. Das heißt, hier können jetzt wieder Raytracing und Co. Schön zeigen, was sie können. Die Beleuchtung sitzt erst rein. Sieht halt wieder genial aus. Da hinten das Party-Marty-mäßig beleuchtete Haus. Schön bunt. Wahrscheinlich auch noch mit einer Animation versehen. Boom. Und direkt wieder harter Cut. Nächste Szene. Wir sind im Ghetto. Wir sehen diverse aufgemotzte Bennys Cars. Die natürlich mit Hydraulik durch die Kante hüpfen können. Außerdem einige übellaunige Latinos, die hier ihr Unwesen treiben. Wahrscheinlich also ein Hinweis darauf, dass es in GTA 6 wieder ein Bandensystem geben wird. Möchte ich jetzt an der Stelle einfach mal unterstellen. Oben im Himmel sehen wir außerdem einen Polizeihelikopter, den wir in der Form auch ganz genauso aus GTA 5 kennen. Überhaupt kommt mir sehr viel aus GTA 5 bekannt vor. Die Autos, die hier rumstehen, habe ich alle schon mal in GTA 5 gesehen. Der Paint ist vielleicht anders. Und diese krasse Felge hier vorne rechts von dem Grünen, die ist vielleicht auch neu. Aber, hey ja, gut. Ich will ja nicht, dass sie das Rad neu erfinden. Ist ja auch völlig in Ordnung, dass sie, wie gesagt, das, was sie sich erarbeitet haben, auch nutzen. Weil, wieso nicht? Jedenfalls eine extrem belebte Szene. Hier sieht alles schön lebendig und nicht statisch aus. Das ist wirklich cool. Außerdem natürlich noch mal zu bemerken, die krassen Fassaden mal rein. Ich meine, da muss sich am Ende auch einer hinstellen und mal überhaupt diese ganzen Grafiken anfertigen. Wie viel Liebe da drin steckt. Dann gucken wir uns mal das Kabelsystem an, weil auch das ist interessant. Für uns Deutsche, ja, da sind ja die Kabel alle mittlerweile unter der Erde verlegt. Aber guckt euch doch, dass wir ja mal an, wie hier die Kabel verlegt sind. Beziehungsweise gespannt sind zwischen den einzelnen Masten. Und das sieht alles viel wilder als in den... Also, das war ja damals ein Riesending. Ja, du kannst die Stromkabel zwischen den Masten sehen. Boah, war das ein Ding in GTA 5. Hier in GTA 6 setzen sie noch mal eine Schippe drauf. Und da kannst du das Kabel, wirrwarr, zwischen den Strommasten sehen. Ja, so sieht es nämlich mal aus. Ja, also echt krass. Also, dieser Grad an Detail und an Liebe ist einfach phänomenal. Zoomen wir mal ein Sekündchen in die Szene rein, fahren weiter, können in den Hof hinein sehen. Die Frau macht ein Selfie von sich. Ein paar Dudes begrüßen sich, der da hier in die Einfahrt reinfährt. Ja, da guckt schon einer aus dem Beifahrersitz so. Yo, Bro, hält so seinen Arm aus dem Fenster, ja. Und die anderen gucken schon. Außerdem links von dem Auto sehen wir ein Motorrad. Und im Hintergrund, nööö, ja, Geländewagen. Hm, was könnte das sein? Vielleicht ein Jubelie. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Uts. Ha, wo sind wir denn hier angekommen? Bei Make It Rain Monday. Und der im Vordergrund links, der macht dem Namen alle Ehre und lässt es regnen. Auf den twirkenden Booty. Ja, hier in dem Nachtclub ist einiges los, wie man sieht. Im Hintergrund dick präsentierter Champagner. Rechts kriegt einer den Arsch gegen die Lenden gedrückt. Und offensichtlich ist da eine sehr gute Stimmung in diesem Club. Boom. Wen haben wir da? Hier haben wir auf jeden Fall einen Story-relevanten Typ, würde ich sagen. Einen fiesen Gangster-Mangster. Goldene Zähne. Der hat, naja, nicht nur ein Goldkettchen, sondern gleich mehrere. Also, ja, ist ordentlich behangen, der Junge. Außerdem sehen wir hier ein typisches Vorstadthäuschen. Im Hintergrund nochmal eine Werbetafel. Und ein Auto. Außerdem wird er begrüßt von einem anderen Gangster-Mangster, der einen Band-Danner trägt. Und auch ordentlich muskelbepackt zu sein scheint. Außerdem natürlich der Grad von den Klamotten ist krass, ne. Ich meine, guckt euch mal dieses Rippchenhemd da an, ja. Wenn du da genau hinguckst, siehst du richtig die Fasern von den Baumwollstoffen. Also, ey, das ist einfach mega krank, dieser Detail gerade. Ohne Scheiß, das ist, boah, kein Wunder, dass das so lange Jahre gedauert hat, bis sie das da fertig gemacht haben, ja. Richtig krank. Gucken wir nochmal kurz, was hat der da an den Händen? Fette Uhr, Ringe, alles klar, ja. Na gut. Und nächste Szene. Wir sehen eine von den kleinen Privatinseln, beziehungsweise da ist zumindest mal ein Einlass. Vielleicht muss man da auch nur Maut zahlen. Und diverse Luxus-Apartments links, sogar fette Villen. Außerdem rechts und links im Bild richtig viele Boote. Vom kleinen, pupsigen Boot bis hin zu einer super dicken Yacht. Und ich hoffe ja persönlich, dass wir in GTA 6 unsere teure, teure Yacht auch selber steuern und fahren können und nicht nur fixe Punkte haben. Aber da bin ich mir eigentlich tatsächlich relativ sicher, dass das so auch kommen wird. Außerdem gucken wir nochmal kurz im Verkehr. Was sehen wir denn da? Vielleicht eine Banshee, wenn ich so den Mittelstrich mit einbeziehe. Und ansonsten eher, naja. Normalere Fahrzeuge, jetzt nichts, was irgendwie meine Aufmerksamkeit erregen würde. Oben links ist ein Helikopter und oben rechts wieder ein dickes Flugzeug. Im Hintergrund sehen wir außerdem noch diverse Kräne. Vielleicht gibt es sogar sowas wie ein Baustellensystem oder Häuser, die tatsächlich mal fertig gebaut werden. Siehe die ewige Baustelle in GTA 5, die auch bis heute nie fertig geworden ist. Direkt hinter dem Mazebank Tower. Ihr wisst schon. Boom. Nächste Szene. Wir sind offensichtlich in einem ziemlich guten Boulevard angekommen. Denn hier steht ein Sportwagen nach dem anderen. Und die kennen wir so eigentlich alle aus GTA 5. Ohne der Pfister. Dann dahinter der Cheetah. Der hat sogar nochmal auf dem Nummernschild stehen. Daneben ein Bravado. Und dahinter nochmal ein Krotti. Mit dem coolen Dach, das es in der Form ja nicht nochmal gab. Dass die Scheibe dann extra da mit hinten reingefahren wurde. Also ein Hardtop-Dach. Convertible. Das ist ziemlich geil. Außerdem natürlich wieder richtig viel Leben auf den Straßen. Da rechts läuft ein Grüppchen Damen lang, das gerade angeschnurrt wird. Von offensichtlich einem Schnorrer. Und was hat der da auf der Schulter? Der hat doch was auf der Schulter. Der hat doch einen Chamäleon oder irgendwie ein Reptil auf der Schulter oder was. Oder täusche ich mich da? Auf jeden Fall hat er auch noch jede Menge Straßenrödel da rumliegen. Irgendwie, was weiß ich, was ein Penner halt so hat. Ein Fresstütchen, ein Bier. Joa, soweit so klischeeisch. Außerdem sehen wir die typische Miami-Beleuchtung. Die darf natürlich nicht fehlen. Schön, pink, blau, grün. Genial, ja. Also das ist natürlich das Vice City, von dem hier jeder von uns träumt. Im Hintergrund nochmal das Hotel Dixon. Und ich würde sagen, an der Stelle ist die Szene auch abgefrühstückt. Boom, nächste Szene. Wir sind wieder in einem Nachtclub. Und da liegt natürlich bei dieser Szene die Vermutung nahe, dass es wieder Nachtclubs geben wird. Wie auch schon in GTA 5. Wahrscheinlich auch wieder mit Live-Acts, die dann halt eurem Club ihre Sets zur Verfügung stellen. Vermutlich wieder mit Missionen und Geld verbunden. Und ich denke mal, es wird auch nicht nur einen Club geben, den man besitzen kann. Natürlich, hoffe ich, denke ich. Auf jeden Fall ist da richtig gut Stimmung in dem Club und auch wieder einiges zu sehen. Zum Beispiel, dass da jemand einen Fächer trägt. Gibt es so in der Form, glaube ich, in GTA 5 auch noch nicht. Nächste Szene. Wir sehen ein Wasserflugzeug ins Bild fliegen. Außerdem wieder im Wasser diverse Boote, ein dreistöckiges kleines Jachtchen. Oh, wir sehen da links sogar Containerschiffe, Leute. Containerschiffe. Die gab es definitiv nicht fahrend in GTA 5 und sind somit ein neues Element. Außerdem sehen wir einen Highway, der hier gut übers Wasser führt. Also, naja, klar. Vice City hat viel Wasser und das wird entsprechend hier mit eingebunden. Was ist das eigentlich im Hintergrund? Das sieht aus wie ein dicker Grafikfehler. Aber es ist irgendwie komisch. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Vielleicht ist es ja eine Sternwarte oder sowas. Aber es wirkt erst mal auf den ersten Blick wie ein Grafikfehler. Und auch hier will ich noch mal sagen, also diese ganze Tonung, ja, wie dieses Bild gefärbt ist, ist dermaßen fotorealistisch. Also es ist geil. Ich meine, klar, man sieht noch, dass es künstlich ist, aber das nimmt mittlerweile echt Dimensionen und Level an. Auch wie das Wasser so aufgeteilt ist. Ja, das hat diese Areale mit vielen Algen und Unterwassergewächsen, die dann so ganz dunkel sind, da sind. Und die Sandbänke, die geben einen helleren Blauton. Und so kannst du richtig den Meeresboden von oben durch das Wasser sehen. Und ja, ich denke mal, dass auch Tauchen sicher in diesem Game wieder eine Rolle spielen wird, wie es auch schon in GTA 5 war. Da hier in Vice City noch deutlich mehr Wasser ist, denke ich, könnte das noch mehr eingebunden werden als schon in GTA 5. Oh, nächste Szene. Wir haben eine Influencerin, offensichtlich auf einem Hoteldach mit einem Pool, schön auf der Terrasse. Habe es ja vorhin schon gemut, Maas, das wird wahrscheinlich einige Terrassen mit Leben obendrauf geben. Außerdem sehen wir natürlich das übliche, ich sag mal, vom Bikini her Design für diese Edelmarke, die es auch schon in GTA 5 gab. Ja, das muss das in dem Sinne nichts Neues. Rechts sitzt nochmal eine Dame in einem anderen Bikini. Außerdem im Hintergrund nochmal ein weiter Blick in die City, was auch sehr Miami-mäßig aussieht, muss man schon echt sagen. Das ist krass. So viele Hochhäuser, die sich in weite Distanzen im Hintergrund erstrecken. Diverse Verkehrsflugzeuge. Miami hat ja auch echt einen großen, aktiven Flughafen, ne. Wenn der im Game ist und, ich sag mal, ansatzweise die Realität widerspiegeln will, ist da halt entsprechend Traffic. Und daher macht das Sinn, dass quasi in jedem Bild ein Flugzeug drin ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der Himmel in GTA 6 wirklich dicht besiedelt ist. Wie das eben in so Ballungszentren wie beim Miami Airport eben auch der Fall ist. Nochmal zurück zur Szene, die wir hier sehen. Ganz rechts ragt noch ein Sex on the Beach oder, ich sag mal, irgendein anderer Cocktail ins Bild und die Beine einer Dame. Weiß. In einem ähnlichen Schriftzug, wie auch der Hollywood-Schriftzug ist. Könnte ich aber jetzt nicht sagen, wo in Vice City, beziehungsweise in Miami, so ein Schriftzug steht. Ich war leider noch nie in Miami, vielleicht ist ja einer meiner Zuschauer schon mal in Miami gewesen und kann dazu mehr sagen. Im Hintergrund ist auf jeden Fall eine Radarstation. Vielleicht sehen wir hier einen Teil des Flughafens. Und da hinten ist auch so ein Turm, könnte auch so ein Fluglotsenturm, könnte das sein, wenn ich mit das so angucke. Ja doch, ich glaube, wir haben hier gerade kurz den Flughafen gesehen. Okay, nächste Szene. Wir sehen offensichtlich einen Social Media Account. Ist ja jetzt mal dahingestellt, wie der hier in GTA 6 heißen wird. Auf jeden Fall ist da ein alter Dude, heftig am Party machen auf seiner Yacht mit dem Kommentar, ey Papi, lass ein paar Sugar Babys für uns übrig. Ja, und natürlich wieder ein Flugzeug oben. Bam, nächstes Jahr wieder eine komplett andere Party, aber sicher auch eine Party für sich. Nämlich einen Wildfänger, der hier ein Krokodil aus dem Pool holt. Ist natürlich auch ein lustiges Detail. Stellt euch vor, die NPCs sind einfach so krass mittlerweile erstellt worden, dass sie richtig offiziellen Berufen nachgehen und halt irgendwo in GTA 6 ab und zu mal Wildtiere einfangen, die sich halt in irgendeinem Pool verirrt haben oder so. Und das nicht einfach nur eine weitere Cinematic Cat-Scene ist. Außerdem natürlich wieder krass abwechslungsreiche Vegetation, ne. Hier Bambus und irgendwelche Farngewächse und der schlecht gemähte Rasen, ja. Es ist ja nicht immer nur ein glatter Fußballrasen. Auch dieser Rasen da ist halt so eine Nummer für sich, ne. Ja, da liegt ein Kescher und ein Ball. Da hinten sind sogar noch ein paar kleine Kaffeetässchen so am Rand des Pools aufgestellt. Direkt an einem Skimmer. Und also auch hier wieder der Detailgrad ist einfach nur total amazing. Nächste Szene. Eine Dame, die auf dem Dach eines Autos am twerken ist. Mit someone called the Department of Transport on the Stump Truck. Have a vice day. Lass dich einfach mal so stehen. Ja, ist auf jeden Fall Fettparty in Miami. Im Hintergrund sind wir nochmal ein paar Fußgänger durch die Kante laufen. Zack, nächste Szene. Und wir sehen ein illegales, ja zumindest wird es sicherlich, ein illegales Straßenrennen. Aktuell driften die Autos nur heftig umeinander. Aber auch driften ist ja jetzt bald ein Teil von GTA, ne. Falls ihr es mitgekriegt habt, im kommenden Update für GTA 5 soll ja jetzt driften ein Thema werden. Also ein ernsthaftes Thema. Was ja vorher nur so stiefmütterlich betrachtet wurde. Aber hier in GTA 6 ist vielleicht damit zu rechnen. Ich meine, die machen richtig schöne Balken da auf den Boden. Diverse Donuts, ja. Und der Qualm, der da hinten rauskommt, sieht halt auch echt cool aus. Auch zu beachten ist natürlich wieder die enorme Menge an NPCs und überhaupt was da los ist, ja. Gut, ich vermute halt echt, wir sehen hier lauter schöne Cinematics, die sozusagen auch in Missionen-Cutscenes sind, ja. Und ich bezweifle noch so ein bisschen, dass wir hier einen echten Blick auf das Game in dem Sinne kriegen, ja. Aber trotzdem, ich will noch nicht zu negativ sein. Das, was ich sehe, ist absolut geil. Außerdem driften die Typen um einen rum, der dann auch mit der Kamera so dazwischen steht. Also auch ein mutiger Job, da Kameramann zu sein, ja. Good luck. War vielleicht ein Videodreh für irgendwas oder so. Und die nächste Social-Media-Szene. Irgendwelche Damen, die am Dancen sind und im Social-Media gefeiert werden. But, nächste Szene. Wir sind auf einer Security-Kamera in einem dicken Supermarkt. Ein Krokodil läuft hinein. Guckt euch einfach mal an, wie schön dieser Supermarkt bestückt ist, ja. Wir haben C-Wart-Papier. Wir haben diverse Artikel in den Regalen. Da hinten ist nochmal Gebäck aufgereiht in verschiedensten Arten. Gerade in dem Regal hinter der Verkäuferin ist nochmal ein Haufen Stuff drin. Und auch der Winkel ist interessant. Ah, halt. So habe ich gesagt, das ist gar kein Supermarkt. Sondern wenn man da hinten aus dem Fenster rausguckt, sieht man sogar diverse Tanksäulen. Das heißt, wir sind in einer Tanken drin. Und begehbare Tankstellen sind in dem Sinne jetzt eine Neuerfindung. Jetzt sehen wir was richtig Interessantes. Nämlich eine Fisheye-Perspektive. Habt ihr ja bestimmt schon mal mitgekriegt, dass da diverse Projekte im Gange waren, die Games sozusagen komplett mit Fisheye-Perspektive darstellen wollten. Und das ist scary realistisch. Und auch das kommt hier in dieser Fisheye-Szene wunderbar raus, wie scary realistisch sowas aussehen würde. Es wäre krass, wenn man so eine Art Bodycam-Perspektive haben könnte, ja. Wäre mega krass. Wir sind ja offensichtlich bei einem Raid von der Polizei, die irgendwas stürmt. Irgendeine Assi-Hütte, wo auch steht Beware of the Dog. Und ja, auf jeden Fall richtig Trubel. Bam, 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 FBI und so. Zack, nächste Szene. Wieder eine Tankstelle. Und wir sehen einen ziemlich üppig beleibten Menschen vor der Polizei wegrennen. Und offensichtlich ist er langsamer. Außerdem, die Tanke selber, Alter, wenn ihr da mal genau hinguckt, alles nass. Ja, das Wetter ist offensichtlich gerade scheiße in Vice City. Überall sind Wasser und Reflexion. Also ich würde sagen, hier nochmal eine weitere Hinweis darauf. Raid Tracing wird eine große Rolle im kommenden Game spielen. Vielleicht sogar Path Tracing ist ja jetzt der ganz neue heiße Scheiß. Und Gott, wer weiß, was bis 2025 alles noch rauskommt. Und da fährt nochmal ein fetter Pickup in die Szene rein. Ein hochgelegter nächste Szene. Und wir sehen einen Typ, der sich in den Schritt greift. Und hier wird gesagt, das ist die Entschuldigung für schlechtes Fahren. Ja, offensichtlich entschuldigt er sich genau so bei euch. Außerdem sehen wir wieder gerade einen Sonnenaufgang und beleuchtete Schilder. Was verraten die uns? Vice Beaches Part und VC Keys. Außerdem geht es zum Airport. Außerdem ein Muscle Car, was wir auch aus GTA 5 kennen. Und ganz viele Highways, die hier kreuzen. Boom, nächste Szene. Hier steht ein Typ. Ich weiß gar nicht, was macht der da, Alter? Ja, also er versucht sich auf jeden Fall groß zu machen mit seinem Pickup. Auf jeden Fall geiler Paint von der Kiste. Uh, und ein Spiegel. Ein funktionierender Spiegel, Alter. Waren die Spiegel in GTA 5 funktionabel? Ich glaube nicht, oder? Die Spiegel in GTA 5 waren komplett muß. So, und jetzt gucken wir nochmal, der Spiegel funktioniert. Zack, zack, geil. Ein komplett funktionierender Spiegel. Ja, das ist doch mal was. Offensichtlich fährt der Typ, so wie die Haare im Winde wehen. Steigt er aus dem Auto während der Fahrt. Also, puh, wer weiß, was man so für Stunts in GTA 6 reißen wird können. Auf jeden Fall auffällig, dieser krasse Metallic-Lack von der Kiste. Der hier auch nochmal richtig schön in dem Sonnenlicht zur Geltung kommt. Cool. Uts, nächste Szene. Hartag hat. Auf einem Typ, der noch einen kürzeren Bikini als Bura trägt. Ja, geiler Florida-Opi auf jeden Fall, der seinen Sumpfgarten noch ein bisschen wässert. Könnte ja sein, dass er zu trocken wird. Der ist auch mal Jahre, ne? So, ja, auf jeden Fall eine schöne Szene. Erinnert mich ein bisschen ans Altruisten-Camp in GTA 5, wo auch die nackten alten Männer rumstehen. Und könnte auch so ein Altruisten-Camp sein, nur dass er jetzt noch eine krasse Cappy oben drauf hat. Ja, auf jeden Fall schöne Szene, Rockstar. Danke dafür. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Bei den Rednecks oder was? Auf jeden Fall ist hier fette, fette, fette Schlammparty. Ich würde sagen, wir sind hier eher in der Nähe der Everglades als in der Nähe von Vice City. Wir haben hier ein Wasserzeichen tatsächlich auch im Bild, nämlich der Frill Billy Mud Club. Und offensichtlich sehen wir hier auch den Mud Club, der hier von den Billys betrieben wird. Schön. Gucken wir uns außerdem mal die ganzen Kisten hier wieder im Hintergrund an, weil da ist wieder richtig was los, Alter. Die ganzen fetten, hochgebockten Pickups, die hier überhaupt erstmal rumstehen. Oben chillt einer auf dem Dach vom Pickup. Außerdem weiter links im Bild sehen wir keine Pickups, sondern das sind so Racing-Buggys irgendwie, so Dune-Buggys. Außerdem weiter rechts im Bild ist, ich würde fast sagen, das ist der Scarab, nur ein bisschen umfunktioniert. Und obendrauf sind ein Haufen Dudes, wenn ich das so interpretieren müsste. Außerdem noch eine ganze Reihe Dixies. Und im Wasser steht ein Quad offensichtlich eingesunken. Ist vielleicht ein Matschrennen, ne, wenn ich das jetzt so durchinterpretieren müsste. Oh ja, gucken wir mal weiter rechts. Jetzt, da kommt nämlich ein Van ins Bild geschossen. Schön mit ordentlich Matschaufwirbelung knallt er hier, ne. Wobei, so viel Matsch war es gar nicht. Hat nur ein bisschen Wasser rumgeshakt. Ja, das geht offensichtlich im Matschclub. Zack, nächste Szene. Auch wieder total geil, ne. Die alte Frau, ich würde mal sagen, das ist der neue Trevor in Weiblich. Auf jeden Fall, voll krasse alte Frau, so die mit zwei Hemmern bewaffnet, die einen Kameramann anplaut, was er so dumm glotzt. Und die schlägt ihm gleich die Fresse mit dem Hammer ein. Ich bin mir absolut sicher. Boom. Nächste Szene, ein Typ stürzt sich volle Kanne mit dem Ellbogen in den Tisch. Und dieser Tisch, boom, geht natürlich schön folgerichtig kaputt. Und wunderbar, also wer weiß, wie zerstörbar auch viele Objekte in GTA 6 ausfallen werden. Aber wenn das nicht wieder nur eine Cinematic Cutscene ist, lässt zu hoffen übrig, dass auch schön viel Zerstörung möglich ist in diesem Game. Außerdem würde ich denken, ja, aufgrund des Bodens, wir sind irgendwo draußen am Strand. Rechts der wackelnde Arsch, der dem einen oder anderen gerade aufgefallen ist, könnte auch ein Hinweis darauf gewesen sein. Gut, nächste Szene. It cures your emotions. Die Affinität zur deutschen Sprache scheint auch in GTA 6 wieder eine Rolle zu spielen, bei Angst die Pan. Du brauchst auf jeden Fall keine Angst haben, schmeißt dir einfach eine Pille ein und deine Emotionen sind weg. Nice. Außerdem sehen wir das Innenleben eines Autos und eine Polizeischüssel, beziehungsweise gleich zwei Polizeischüsseln, die an einem vorbeifahren. Nämlich einmal ein normaler und dahinter ist nochmal ein SUV. Außerdem kriegen wir nochmal einen schönen Blick hier hinten in die Ferne, was jetzt mal ausnahmsweise keine Hochhäuser sind, sondern kleinere Häuser und viele, viele Strommasten. Und hier sehen wir ja unseren zweiten Hauptprotagonisten, nämlich den Jason und da auch nochmal zu sehen, der funktionierende Autospiegel. Cool. Und hier nochmal Lucia, die wir eben noch im orangenen Overall gesehen haben, hier auf freiem Fuß und offensichtlich hat sie gut Geld verdient, in Anführungszeichen. Der orangenen Overall wird schon seine Begründung gehabt haben. Zack, bumm, nächste Szene, wir sehen die Weasel News. Ein Auto ist umgeflogen, rechts steht ein wahrscheinlich ein ziviler Bullenwagen mit eingeschalteten Sirenenlicht. Und wieder diverse Autos, die da beteiligt sind und also ich sag mal, die Szenerie ist auf jeden Fall schön mit kaputten Glas und diese typischen Wasserboller, die da so rumstehen und dann halt umfallen. Und das Wasser ausschütten auf der Straße und guck mal, wie geil diese Pfützen halt auch aussehen. Ich würde fast schon sagen, physikalisch korrekt, wenn man mal da rechts bei dem Verhältnis guckt, wie da das Wasser dann auch nach rechts abgetragen wird und nicht irgendwie linksrum einfach nur eine runde Pfütze entsteht, sondern das sieht aus, als wäre da mit ordentlich Schwung der Wasser, der Wasserbelag entstanden. Das ist geil, also hat wieder viel mit Physik und so zu tun. Natürlich auch wieder Reflexion, ne, Raytracing zeigt dir, was es kann. Und so, nächste Szene, wir sehen, dass der Typ irgendwas gesteht. Ich kann leider nicht so gut Spanisch und ich bin ehrlich gesagt jetzt auch zu fauls, durch den Google-Übersetzer zu jagen. Sorry, wenn ihr das wissen wollt, da müsst ihr mal kurz selber euren Google-Übersetzer anschmeißen. Auf jeden Fall sieht der Typ hier nach einem richtig fiesen Kartelltyp aus. Und ein weiterer Hinweis darauf, auf jeden Fall, dass wir es hier mit ordentlichen Gangs und Bandenkriegen zu tun kriegen. Bam, sind wir wieder beim Thema Gangs. Hier haben wir eine Motorrad-Gang, die hier mit ihren Sanchez und ihren Quads durch die Gegend heizen. Quads heißen, glaube ich, Blazer in GTA 5. Ich denke mal, da wird sich in GTA 6 nicht viel tun. Das ist ja ein Universum irgendwo, ne. Und außerdem wieder eine typische urbane Vorstart-Szenerie mit einem kleinen Holzhäuschen, ein paar Satellitenantennen oben drauf. Hinten sind ein paar Läden in der Straße zu erkennen. Und natürlich auch Passanten, die wieder Fotos machen, wenn Ereignisse passieren. Wie es auch schon teilweise in GTA 5 der Fall ist, wenn ihr mit einem geilen Auto vorfahrt, rückt ja auch mal der eine oder andere NPC sein Handy und macht ein Foto von ihm. Und da sind die Biker wieder, die hier von Weasel News begleitet, an der Polizei vorbeigeheizen. Hier sehen wir wieder einige Polizeiautos. Außerdem einen alten 911er, beziehungsweise Pfister. Das, was man in GTA 5 durch Bennys kriegen konnte, den Retro-Pfister. Außerdem, ja, zwei verschiedene Arten von Bullenschüsseln. Nämlich einmal der Landanstrich. Ich würde sagen, das sind die Weißen. Und dann da der weiß-schwarze Polizeiwagen dürfte zur Miami Innenstadt gehören. Da hat GTA 5 ja auch schon Unterschiede gezogen. Nehmen wir nochmal eine Benji da im Hintergrund, der mit dem weißen Streifen. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ein böser Typ zeigt uns den Finger. Was können wir hier aus dieser Szene lesen? Who heard you? Im wahrsten Sinne im Hintergrund auf einem Straßenschildchen. Wir sind hier, würde ich sagen, möglicherweise mal bei einem Straßenrennen angekommen. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Jedenfalls ist das das High Rollers Mac. Von daher, das Nummernschild hinten links PMP, vielleicht Pimp oder so. Lässt vermuten, dass wir hier vielleicht mit einem Luden oder so zu tun haben. Aber hier kann ich tatsächlich nur mutmaßen. Und wir sind in der nächsten Szene in einem schönen Laden. In irgendeinem kleiner 24-Stunden-Shop, würde ich sagen, den man mal wieder ausrauben kann. Wie man hier sieht, mit Bandana bedeckt, kann man sicher wieder die kleinen Stores ausrauben. Außerdem, das gute alte Pisswasser darf natürlich auch nicht fehlen. Nämlich Pisswasser. Nein! Nein! Nein, Pisswasser. Oder doch, vielleicht. Nein, doch. So, hier rechts im Regal auch nochmal ein Haufen Spirituosen. Schön anwechslungsreich. Nicht wie in GTA 5, dass sich da alle zwei Flaschen das wiederholt oder so. Nö, wirklich, als wäre das ein echter Laden. Das ist also wirklich wieder genial. Auch da oben links, guck mal, die Bildschirme, die da auf dem Regal stehen. Wie die Kabel angeordnet sind auf diesem Regal. Wie die da so rumgeschlängelt sind und so. Lässt wirklich, wirklich auf, also wieder einen pedantischen Detailgrad. In diesem Game schließen. Das ist absolut gigantisch, Mann. Ohne Scheiß. Butz, nächste Szene. Wir sehen natürlich erstmal einen fetten Sabret, der hier einen Drift hinlegt. Außerdem sehen wir einen Gunshop. Und außerdem noch einen Pfandleiher. Also Pfandleiher und Gunshop in einem. So, warum auch nicht. Wenn du dein Ding nicht auslösen kannst, kaufst du kurz die Gun und dann kannst du es auslösen. So, nach dem Motto, ne? Außerdem wieder die Vegetation. Krass abwechslungsreich. Aber brauche ich eigentlich nicht mehr erzählen. Guckt euch einfach mal an. Ein purer Porno hier. Die Wiese sieht wieder krass anders aus. So, die Wiesen sind, also selbst die Wiesen, ja. So. Dann neben dem Pornshop da rechts ist eine Ruine. Das heißt, auch mal ein paar Ruinen wieder zwischendrin. Und die sieht richtig schön zerfallen aus. Das ist schon überwachsen mit Efeu, beziehungsweise irgendwelchen Wandkletterngewächsen, die halt so in Florida erwachsen. Da in der Wiese liegt auch überall Müll rum. So ein halb zerdrücktes Verkehrshütchen und ne zerdrückte Dose und Kippen und Müll und ach. Außerdem neben dem Pornstop steht noch ein dicker Benefactor, also ein Mercedes Land Rover. Und dann lassen wir doch mal den Cypress einen Drift machen. Geil. Hier sehen wir nochmal Lucia und vermutlich nochmal Jason in einer Motel-Szene. Vielleicht haben die beiden ja was miteinander. Wäre auch ganz witzig, wenn wir zwei Akteure spielen, die was miteinander haben, unterwegs zusammen sind. Und du kannst halt live zwischen den beiden so hin und her wechseln. Wie das manchmal in GTA V auch in so mancher Mission möglich war, dass du mehrere Charaktere gleichzeitig spielen musst. Das ist, denke ich, auch ein Konzept, was hier wieder aufgegriffen wird. Und, denke ich, auch durchaus spannende Missionsmöglichkeiten bietet, ja. So, Lucia tritt die Tür ein. Bam, da sind wir, Hände hoch. Hier ist meine Gun in deinem Gesicht, zack. Die Tür von dem Store ist total zugestickert mit Werbung. Auch wieder absolut glaubwürdig, wie das da angeordnet ist. Im Hintergrund sehen wir zwei Autos. Lucia und Jason gehen maskiert in den Laden und wollen die Hütte ausrauben. Und da sind wir beim Logo von GTA 6 angekommen. Oha, Halleluja. 2025, 2025. Geht's dann los. Jetzt haben wir es auf der Konsole. Vom PC war jetzt noch nicht die Rede. So eine Scheiße. Aber wundert mich eigentlich auch nicht. Ich wundere mich sowieso, dass sie nicht sagen, wir machen erst mal ein Jahr Playstation exklusiv. Dann gucken wir mal weiter, ja. Weil das war ja im Prinzip auch mit GTA V der Fall. Aber das jetzt natürlich erst mal für die Konsolen optimiert wird und gemacht wird. Und also, das kann ich euch jetzt schon safe sagen. Die Grafik wird auf den jetzigen PS5 und Xbox X-Series Konsolen nicht so aussehen, wie das, was ihr da gesehen habt. Das wird dasselbe leiden wie mit GTA V. Dann wird Rockstar sagen, so, hier, die Hardware reicht natürlich nicht aus. Wir programmieren jetzt noch mal ein, zwei Jahre weiter. Dann gibt's den PC und den Next-Gen Konsolen Release. Weil bis 2026-27 ist dann auch eine PS6 bzw. eine Xbox XY auf dem Markt, ja. Und natürlich auch die 5000er Blackwell-Generation von Nvidia-Grafikkarten. Und wer weiß, was AMD bis dahin noch nachschiebt. Also, ja, es wird sicher wieder so ein halbgarer Release, wo es dann heißt, so hier und das volle Potenzial gibt's dann in zwei Jahren. Die Ultimate Super Duper Mega Krasse Edition, naja, ihr kennt ja mittlerweile Rockstar, wie die begabt sind, ihre Games zu melken. Puh, jetzt hab ich mir aber einen Zahnlogger für euch gequatscht. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Ähm, vielen Dank fürs Dranbleiben. Überlegt doch mal, ob ihr mir ein Abo dalassen wollt. Auf jeden Fall würde ich mich riesig über ein Like freuen. Und dann sehen wir uns in einem meiner anderen Videos. Bis dahin. Peace out. The Reacrysle.